Hallo Leute, herzlich willkommen heute zu einem komplett ausgeflippten random game und zwar game of the year 420 placeit.exe und eventuell kennt ein paar diese spiele ich werde das hier starten, weil ich muss es gleich richtig runterpingen, weil es einfach richtig laut ist. Ich habe es getestet. Okay, wir werden hier einfach mal alles so machen. Okay, und ja, die meisten, also es ist ein MLG-Spiel, so wie würde ich es euch schon mal verraten. Au, 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 es ist so, ah, mein Headset, Alter. Vor allem mein, ne, hä? Hilfe, da ist es. Oh mein Gott, ich mache es mal auf 1, Alter, aua. Okay, ich hoffe es passt von der Lautstärke. Okay, okay, auf der hier, und ja, ich kann es wahrscheinlich gar nicht so schnell lesen. Okay, doch, es ging eigentlich, okay. Uh, Doritis, Maudidio und, uh, okay, ihr könnt euch eigentlich, glaube ich, schon vorstellen, was das für ein Spiel wird. Es wird krank. Pfff. Oh Mann. Ich hoffe, ich bin einfach mal nicht so leise, ich stelle mir mal ein bisschen laut, das ist so. Oh Mann, Alter. Ich war ja, das ist einfach so krass. Uh, Mountain Dew Ghetto Blaster, Jungs. Oh Mann, okay. Ich glaube, ihr könnt euch echt vorstellen, was das für ein Spiel ist. So, wie ihr seht, oh Gott, was das für eine Steuerung. Wrong way, okay. Okay, ich, ich habe gar keine, oh Gott, die Steuerung, kann man, ne, ne, kann es also nicht. Ich will es, zu quit, okay. Okay, die Steuerung ist richtig krank, das kann ich jetzt, oh mein Gott, muss ich die Tür, oh, die ballern mich, okay, erstmal zurückschießen. Oh Gott, ich werde, ich glaube, ich kann nicht, ich glaube, ihr wisst selber, was das hier alles ist. Oh Gott, ich darf nicht springen. Oh ne. Okay. Oh ne, Alter, man hat ja voll wenig Schuss. Oh ne. Okay. Mit F, glaube ich, kann man aufheben, genau. Soll ich mir dann auf dem Forum durchlesen. Okay, wir haben hier, also jetzt erstmal, ich bleibe jetzt erstmal hier, so, mit F, Alter, die Mausen finde ich halt viel zu krass. So, wir sind hier in einer Welt und müssen, hmm, was ist wohl das Ziel? Und ja, mit F können wir auf jeden Fall, also ich glaube, ihr wisst es alles schon, ich muss gar nicht zu viel sagen, mit F können wir hier alles aufnehmen und, ja, so heilen wir, glaube ich, unsere HP auf oder so, irgendwie sowas. Ich habe es gerade nicht geguckt, ich nehme einfach mal, okay. Ähm, mit F, wie gesagt, alles aufnehmen und, ja, ich weiß auch nicht, ob dieses Spiel Copyright-Free ist, weil hier Musikerwind rund läuft. Ich hoffe einfach mal schon. Okay, F to open. Ähm, und wenn nicht, dann YOLO. Oh Gott, der hat ein, der hat ein, oh Gott, diese Steuerung. A Triple? Wie ist der Triple? Da waren doch nur zwei, egal. Okay. Dieses Spiel ist richtig krank. Wow, what the fuck? Was? Ja, okay. Ist schon gut. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ähm. Was ist das? Nein. Oh, mein Gott, alles explodiert. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott, der Chickenwing-Typ. Ich achte gar nicht auf, wo ich hinschieße. Ich achte nur auf die Dinger da links, rechts. Oh, Gott, da kommt noch. Okay. Okay, der ist down. Oder? Oh, der lebt noch. Uh. Wir müssen die Röte jetzt essen. Wir brauchen... Der ist halt HP auf, genau. Oh, nein. Oh, Gott. Diese Mausempfehligkeit ist so krass. Oh. Warum geht der Kamera? Oh. Okay. Wir rasieren. Zack, versack. Oh, Gott. Kann ich hier eigentlich zwischen Secondary schwitzen? Äh, schwitzen. Schwitzen. Ja, kann ich. Okay. Oh, Gott. Dieses Spiel. Ich muss erst mal nachladen. Ich hab's ein Knife. Auf geht's. Äh, wo ist jetzt meine... Okay, auf eins. Wie komm ich? Okay, jetzt ist einfach mal auf sieben gelegt. Oh, Gott. Okay. Oh. Das ist einfach mal Sonic to the Monic. Okay. Okay. Oh, mein Gott. Dieses Spiel, ne? Das ist so der Wahnsinn. Oh, mein Swag-Smiley. Er attackiert mich selber. Was soll denn das? Oh, Gott. Oh, das ist Gold, Alter. Zack, zack. Okay. Der kassiert auch noch. Zack. Wow. Wow. War all die Typen so. Oh, nein. Der Hund, Alter. Okay. Ist vorbei. Was ist das hier? Boah. Okay. Mir fällt alles um. Okay, ich denke mal, das war's. Aber was soll jetzt noch passieren? Ähm. Soll ich jetzt noch irgendwas Bestimmtes machen? Oh, Gott. Dieses Spiel, ich seh's. Das ist sowas von krank. Oh, mein Gott. Das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Jetzt. Ist mal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich werde jetzt alle Doritos und Maumdios erst mal zippen und genießen. Ähm. Und. Ja. Ich. Den richtigen Sinn dahinter müsst ihr, glaube ich, gar nicht verstehen. Und ich kann nicht mehr aufnehmen. Okay. Ähm. Kann ich das hier auch aufnehmen? Nein. Okay. Ihr müsst eigentlich den richtigen Hintergrund gar nicht verstehen. Dieses Spiel ist einfach nur richtig krank. So viel müsst ihr wissen. Okay. Wir gehen mal weiter. Okay. Non-linear Gameplay Selection. C. Äh. Shrek Swap. Und was? Right. Accounting. Dead End. Go here first. Aber. Okay. Was? Hä? Also ich kann hier lang gehen? Oder sehr hinten lang, glaube ich. Ah, die Steuerung, die geht gar nicht klappen. Ja. Aber da ist schon. Und sehe ich schon MGs. Ich glaube, ich gehe links. Aber soll ich auch für den linken Weg diese Waffe nehmen? Ich nehme einfach mal. Oh, ne Goldene AK. Auf geht's. Okay. Zack. Okay. Schaut auf. Haha. Fall rein in der Puzzle. Okay. Hä? Oh, der chillt ja noch rum. Okay. Aber einmal ist er da oben so quer über den Kopf. Okay. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Spiel. Wie ist sowas so? Oh. Oh, ne noch einer. Nein. Oh Gott. Okay. Ich habe mich zerstört. Okay. Gehen wir direkt weiter. Jetzt wird's. Tschüss. Oh Gott. Oh. 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 Jetzt wird diese Stimmung hier auf uns wartet. Okay. Hier ist gar nichts. Okay. Oh mein Gott. Sollen wir es nehmen? Habe ich jetzt meine AK noch? Ja. Oh. Hier wartet schon einer. Okay. F2 Chasen. Oh Gott. Ähm. Was ist hier los? Oh mein Gott. Okay. Ich nehme die AK wieder. Dieses Spiel ist so krass. Okay. Streckt. Get strapped. Oh Gott. Der Chicken-Wing-Typ, Alter. Ich liebe ihn auch. Sag das, sag das, sag das. Ba-bam. Oh. No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat kassiert. Ich muss irgendeinen Mönch hier noch für Sixy geben, Alter. Wenn immer jemand mehr. Aber leider gibt's hier keine Sniper, Alter. Oh nein. Das explodiert ja. Oh mein Gott. Yolo. Da war einer. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, Leute? Oh. Oh mein Gott. Oh. Shit. Oh mein Gott. Wir haben hier zu stellen alles. Schesel die Nesel. Okay. Hier noch. Bam, 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 bam. Boah. Ich erkenne alles. Okay. Nein. Hier ist keiner. Hier. Und der wird jetzt erst mal. Bam. Oh. Wow. Oh mein. Okay. Gehen wir weiter. Oh. Weiter. Schreck. Hi. Moin. Gehen wir mal bei One-Clicks. Bamm. Bam. Oh. Wow. Ich muss jetzt runter. Okay. Es ist zu Sixties. Oh mein Gott. Da oben ist einer. Oh Gott. Wir sind gleich beim Endgänger, glaube ich. Ist das Shrek der Endgänger? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, weil wir ja den Shrek-Park gewählt haben. Okay. Bam. Oh mein Telefon läutet, Alter. Noch mehr Soundeffekte. Komm, ich bin doch voll auf dem Head drauf. Oh. Oh nein. Ich muss ja erst mal was fooden, Alter. Okay. Okay. Jetzt geht's ab. Zeig mal mit you intus. Okay. Oh mein Gott. Uh. Intens, Alter. Intens. Und Leute, es geht hier sogar mit dem... Okay. Ist stark. Okay. Ist ich... Okay, jetzt ist Ruhe eingegekehrt. Ist er nicht down. Hilfe. Man kann auch ziehen. Sag mir das doch jemand. Okay. Ich werde ihm jetzt den Final Image-Shot geben. Ah, mit der Shotgun. Wo ist denn die? Hier. Mal nachladen. So, jetzt. Leute. What the fuck? Döööööö. What? Spiderman? Was tut er mir hin? Das hat Manu, also der Genre als Profil mit ins Team, halt. Hehehe Hehehe Oh man Das war, war das nicht der Typ von Anfang? Oh no! Ey der wird uns kriegen alter Ne 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 Alter ich krieg hier noch Halos alter No Hehehe Hä? Hehehe What the fuck? Put em Äh Nein Ähm What the fuck Okay Leute, ich hoffe Euch hat dieses Flash Game, Minigame Keine Ahnung, das kann man ja schon als richtiges Minigame bezeichnen Gefallen Ähm Ich hab's jetzt das erste Mal selber gespielt Und ich weiß einfach nicht Was ich dazu sagen soll, also Äh Ja Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da Vergesst nicht den MLG Like Button zu Hehehe Zu Nose kaufen Und wir sehen uns dann, äh Übermorgen beim nächsten Video wieder Ich werde jetzt alle zwei Tage ein Video machen Habe ich auf Twitter gepostet und Ja, also weil ich mich da einfach selber wohlfühle und das werde ich aber Morgen wahrscheinlich, äh, im nächsten Video wahrscheinlich, äh, selber besser erklären Und, ja, ich seh euch dann beim nächsten Video wieder Ciao Ciao